Und da wären wir. Soldatengipfel. Beim Atem des Erbauers ist das riesig. Was für eine Festung! Ich hab doch gesagt, die Karte führt uns durch die Tunnel. Ich hab mich nicht verlaufen. Da sind ein paar Flecken auf der Karte. Egal, wir sind da. Nun, ich werde euch folgen. In angemessener Entfernung. Dieser Ort trägt den Geruch des Todes. Ich rechne damit, dass Schwierigkeiten auf uns warten. Der Soldatengipfel. Hat auch schon bessere Tage gesehen. Wohl eher bessere Jahrhunderte. Einst standen die Wächter in voller Blüte. Genügend Leute, alle der Aufgabe gewachsen. Und heute müssen sie sogar Leute wie euch aufnehmen, Alistair. Hey! Zurück! Zurück! Na los! Herr, den Gipfel einzunehmen könnte schwierig werden. Ich habe den Wächtern eine Chance gegeben, ehrenvoll zu sterben. Doch sie verschanzen sich wie Feiglinge. Wir folgen dem Rat des Königs und hungern sie aus. Aber auf dem Gipfel gibt es Vorräte für Monate. Dann warten wir. Wenn sie so geschwächt sind, dass sie ihre Waffen nicht mehr heben können, überstellen wir sie dem letzten Gericht. Was war das? Ich fühlte mich leicht benebelt. Ich bin doch nicht verrückt, oder? Habt ihr es auch gesehen? Wie kann das sein? Dieser Ort ist wahrlich verflucht. Der Schleier? Dämonen? Andraste sei Dank, dass ihr gekommen seid, Wächter. Nach euch. Können Toten nicht in der Erde bleiben, wo die Hände zuhören? Oh Gott, mein Gott! Was ist das? Es ist weg! Ich kümmere dich darum. Ich erwarte euren Befehl. Ich erwarte euren Befehl. Ich erwarte euren Befehl. Und unser Mut sinkt, aber wir sind Wächter. Die dunkle Brut flieht, wenn unser Horn erschallt. Erzdämonen sterben, wenn sie unsere Klingen spüren. Sollen wir vor einem simplen Menschen des Broten auf die Knie fallen? Nein, ich werde jedenfalls niemals aufgeben. Schon allein, um irgendwann vor Arlens Galgen tanzen zu können. Darum schlage ich hier und jetzt vor, in diesen heiligen Hallen, in denen Generationen unserer Brüder Wache gehalten haben, gegen die dunkle Brut und alles Böse. Lasst uns diesem fetten Wachstab eine Nachricht schicken. Und zwar, dass an diesem gesegneten Ort stolze und aufrechte Männer keinen Schritt zurückgewichen sind. Lieber sterbe ich, als vor der Tyrannei klein beizugeben. So tapfer, obwohl sie am Verhungern sind. Und meine Ur-Urgroßmutter war eine von ihnen. Jeder weiß, dass sie verbannt wurden. Aber sie einfach so aus dem Weg zu räumen? König Arlend muss ein Monster gewesen sein. Aber genug geplappert. Führt uns weiter. Soll ich gut, soll ich gut. Das geht jetzt nicht mehr. Aber aufhalten. Aber aufhalten ich mich. Soll ich etwas, was ich mich benedet? Soll ich mich nicht mehr. Ihr könnt mich nicht mehr. Soll ich mich. Soll ich mich. Ich habe mich. So ein gut, so ein gut. So ein gut, so ein gut, so ein gut. 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 Danke! Lasst sie für jeden Zoll bezahlen. Die Flanke halten. Avernus, wir brauchen euch. Herr Avernus, was ist passiert? Bei ein drastes Blut. Was? Herr Avernus, was ist auch passiert? Alle einen unterstritten. Auf sie, los jetzt, voran! Nein, ich befehle euch, bekämpft die Männer des Königs. Na, so viel Tod, Leid und Wachstum. Blut. Ihr Schleier ist zerrissen. Eure Seele ist mein, Avernus. Akolythen, zieht euch zurück! Die Schlacht ist verloren! Avernus! Avernus! Was gerade geschah... Oh nein, schon wieder kämpfe! Leblose Massen! Machst du dein Zoll! Ach seeds. Achse! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Die Wächter haben Dämonen beschworen. Unglaublich. Und meine Großmutter, sie wusste es. Ich... Ich hatte gedacht, meine Familie hätte sich besser verhalten. Aber vielleicht liegen vor uns die Antworten. Aber selbstverständlich. Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich da. Warum? Kein Schritt weiter, Wächter. Dieses Wesen möchte mit euch sprechen. Dieses Wesen ist eine Dryden. Die Kommandantin. Sophia. Alles davon. Großmutter? Ihr habt zahlreiches Dämonengezücht getötet, um hierher zu kommen. Dieses Wesen schlägt eine Vereinbarung vor. Entweder das oder sie hat sich ziemlich gehen lassen. Meine Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter ist tot. Was das ist, weiß ich nicht. Dieses Wesen hat ihre Erinnerungen, Gedanken und Geheimnisse geschaut. Aber sie ist Nahrung für dieses Wesen. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist Nahrung für dieses Wesen. 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 Das ist Nahrung für diesen Wesen.